Das Oberamt Freudenstadt war ein württembergischer Verwaltungsbezirk, der 1934 in Kreis Freudenstadt umbenannt und 1938 um einige Gemeinden angrenzender Kreise zum Landkreis Freudenstadt vergrößert wurde. Allgemeine Bemerkungen zu den württembergischen Oberämtern siehe Oberamt. Geschichte Seit dem 14. Jahrhundert fungierte die Stadt Dornstetten als Verwaltungsmittelpunkt des württembergischen Besitzes an der Ostabdachung des nördlichen Schwarzwalds. Das waldreiche Gebiet an der Peripherie des Herzogtums war zwar nur dünn bevölkert, besaß aber aufgrund des Bergbaus wirtschaftliche und mit der Passstraße über den Knie bis der wichtigsten Verbindung von Straßburg nach Stuttgart bzw. Ulm-Augsburg auch strategische Bedeutung. Maßgeblichen Anteil an der Erschließung und Besiedlung der Region hatten auch die Klöster Alpiasbach und Reichenbach, die Württemberg 1535 bzw. 1595 1.600 Drittel aufhob und als Klosterämter dem Staatsverband eingliederte. Freudenstadt 1599 von Herzog Friedrich innerhalb des Dornstädter Amts gegründet wurde ebenfalls Amtsstadt, allerdings nur für einen kleinen Bezirk. Was sich bis Anfang des 19. Jahrhunderts nicht ändern sollte. 1807 wurden das Oberamt Dornstädten und das Klosteramt Reichenbach aufgelöst und dem Oberamt Freudenstadt einverleibt. Das bis 1811 weiteren Gebietszuwachs durch Teile der ebenfalls aufgehobenen Ämter Altensteig und Alpiasbach erhielt. Nachbarn des von 1818 bis 1924 dem Schwarzwaldkreis zugeordneten Bezirks waren danach die württembergischen Oberämter Nagold, Horb, Sulz, Oberndorf sowie das Großherzogtum Baden ehemalige Herrschaften. 1813 nach Abschluss der Gebietsreform setzte sich der Bezirk ausschließlich aus altwürttembergischen Orten zusammen, die im Jahr 1800 zu folgenden Ämtern gehört hatten. Oberamt Freudenstadt Freudenstadt mit Christoph, Stahl und Kniebes, Rot, Neuneck, Böfingen, Unteriflingen, Oberamt, Dornstädten, Dornstädten, Aach, Bayersbronn, Besenfeld, Dietersweiler, Erzgrube, Frutenhof, Glatten, Grüntal, Hallwangen, Herzogsweiler, Hörschweiler. Kälber Braun, Lauterbad, Untermusbach, Neunruifra, Niederhofen, Pfalz, Grafenweiler, Schönmünz, Acht, Schopfloch, Sulzbach, Tumlingen, Urnargold, Wittlensweiler, Zinsbach, Oberamt, Altensteig, Zresbach, Durweiler, Edelweiler, Göttelfingen mit Parzellen, Kömbach, Ober- und Unterwaldtach, Völlbach, Wörnersberg, Klosteramt, Reichenbach, Reichenbach, Heselbach, Hochdorf, Hutzenbach, Igelsberg, Obermusbach, Röth, Schernbach, Schönbach, Schönegründ, Schönmünz, Acht, Schwarzenberg, Tonbach, Klosteramt, Alpiersbach, Lombach, Losburg, Oberiflingen, Reinertsau, Schömberg, Ursental, Wittendorf, Klosteramt, Bebenhausen, Vesperweiler. Punkt. Gemeinden. Folgende Gemeinden waren 1858 dem Oberamt Freudenstadt unterstellt. Heutige Schreibweise Hutzenbach ab 1897 Kloster Reichenbach. Änderungen im Gemeindebestand seit 1813-1819 wurde Hutzenbach von Schwarzenberg getrennt und zur selbstständigen Gemeinde erhoben. 1833 wurde Sulzbach von Dornstetten nach Lombach umgemeindet. 1926 wurde der Wohnplatz Zwieselberg von Rainerzau nach Freudenstadt umgemeindet. 1936 wurde Heselbach nach Kloster Reichenbach eingemeindet. 1938 wurde Obermusbach nach Untermusbach sowie Rut nach Lossburg eingemeindet. Amtsvorsteher Die Oberamtmänner des Oberamts Freudenstadt ab 1807 zu 1807-1808 Friedrich Wendt Ehlenhummel. 1808 bis 1810 Christian Friedrich Siegel. 1810 bis 1814 Christoph Friedrich von Schmidlin. 1814 bis 1815 Ferdinand August Weckhörlen. 1815 bis 1817 Johann Friedrich Bauer. 1819 bis 1826 Christian Gottlieb-Marz. 1826 bis 1946 Karl Friedrich Badili. 1828 bis 1832 Karl Christian Heinrich Hedler. 1832 bis 1840 Johannes Fritz. 1840 bis 1841 Heinrich Fleischhauer. 1842 bis 1848 Hermannses Kind. 1848 bis 1851 Johann Konrad Siegmund. 1852 bis 1859 Ludwig Rominger. 1859 bis 1870 Gustav Wilhelm Sandberger. 1870 bis 1873 Maximilian Michael Höldampf. 1873 bis 1900 Karl Friedrich Bames. 1900 bis 1904 Hermann Schwaderer. 1904 bis 1920 Ferdinand Frauer. 1920 bis 1922 Eugen Lutz. 1922 bis 1935 Karl Knapp.